So, willkommen zu einem Paar von LockheedLeague. Wir müssen nur noch ein Spiel gewinnen mit Online-Lädern. Fällt ihr auf, ich hätte euch nicht mitnehmen sollen beim Warten. Seid ihr dabei? Kann ich es nur erzählen. Es war so, letzten Donnerstag hat sich wo davon angekündigt, die haben hier im Haus Dosen ausgetauscht, in jeder Wohnung. Am Mittwoch war es so, das Internet ist abgestürzt, ein paar Mal. Und da habe ich da angerufen bei Modaphon im Kundencenter und da hatte ich gesagt, ja, sie sieht das, mein WLAN-Looter gar nicht mehr, äh, also gar keinen Strom mehr. Da ist keine Stromlast mehr drauf. Sie versucht es jetzt zu entstören und wenn es nicht funktionieren sollte, kriege ich eine SMS. Also erst ging eine SMS, dass sie sich darum gekümmert wird. Und wenn es dann nicht gehen sollte, gibt es eine SMS, dass ich einen Techniker kontaktieren muss. So, am Donnerstag war er dann da, hat gesagt, ja, ähm, wir wechseln das jetzt aus. Es dauert immer so zwei Stunden, als ich dann im Keller, äh, das umzustellen. Am Mittwoch habe ich auch einen Trick gehabt. Ja, sind wir gestern im Haus 3 und dann, äh, ging da auf nichts. Das ist ein Haus hier, wo ich wohne und Haus 3 und 7 ist in einem Haus. Also sind zwei Hausnummern in einem großen Haus. Die Häuser sind aber zusammen. Sind zwei sehr breite Eingänge. Und damit doch ging das halt nicht, das wusste ich halt nicht. Und, dann ging alles wieder und dann habe ich, ähm, habe ich gestern am Freitag eine SMS bekommen, dass ich, äh, jetzt die Techniker kontaktieren soll, weil sie es nicht geschafft hat. Eine SMS. Aber, brauche ich auch nicht mehr, weil es nicht mehr wieder. Es war nur, weil die halt hier umgestellt haben. Hier im Haus. Wieder waren wir da, dann war es wieder weg, waren wir da, wieder weg. Ganz komisch. Aber, ich weiß jetzt warum und, ähm, da ja Ultimedia war oder bin, und Ultimedia ist natürlich zu Vodafone. Also, Ultimedia, glaube ich, ist von Vodafone aufgekauft worden, so wie ich weiß, Ultimedia gibt es ja nicht mehr. Das ist alles Vodafone. Ähm, damals, wie das war, habe ich einen Brief bekommen, dass sie jetzt Vodafone sind und das, als Kunde, also alle Kunden, können jetzt das so machen, ein schnelles Internet bestellen für 3,98 im Monat. Mehr. Wollte ich machen, habe ich dann aber verschwitzt und also weggeschmissen den Brief. Keine Ahnung. Und, wie ich dann den Kunden angerufen habe, hat sie gesagt, ja, versucht mich zu entstören. Und dann hat sie noch, ähm, klein, also hat sie noch eine Frage, ob ich denn, ähm, dieses Angebot benutzen möchte, dass jetzt Vodafone sind, diese 3,98 im Monat mehr für schnelles Internet. Sag ich, ja, das wollte ich machen, aber gibt es das noch? Hat sie, ja, das gibt es noch. Ja, das möchte ich bitte, das hat ja, wenn ich den stören, wenn ich den stört bin, wird sie das Internet auch noch mit draufschalten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt habe. Ich muss, weil, ich merke nichts davon. Also, hat am 1. Mai ist es dann, äh, freigeschaltet oder fühle mich dann da. Ähm, ich weiß nicht, ich kriege noch einen Brief, also postalisch. Und, heute ist ja der zweite. Da kriege ich heute nach Montag. Und, ich werde es dann später anmelden, wenn ich das hier hochlade. Einer geht schneller. Ich habe dann mehr, mehr, mehr Bits zum hochladen. Das merke ich dann, ob ich dann habe. Wenn ich es nicht haben sollte, muss ich nochmal anrufen und fragen. Ja, vielleicht sind sie auf dem Stand, dass ich noch ein Internet habe, und da bringt es ihnen ja nichts, wenn sie mich das freischalten. Vielleicht sind sie auf dem Stand noch. Kann ja sein. Nein! Wer weiß. Wer weiß. Wer muss das schon sehen. Wer muss das schon sehen. Wer muss das schon sehen. Keine Ahnung Leute, ich muss da weiter so sehen, ob das schneller hochlädt. Bei mir lässt das ja langsam hoch, sehr langsame Leitung, aber da wir dann das ja haben, können wir schneller hochladen. Leute, ich habe das doofe Gefühl, dass ich ein Spiel finden. Es sind 212.112 Spieler online und hier sind 5.047 in der Playlist bei Rumble. Die werden alle bei Dropshot rumhängen, in Dropshot Rumble spielen oder sonst irgendwas. Ich bin mir so sicher. Kleiner muss ich jetzt durch. Nächsten Part, den ich auf jeden Fall euch in der Suche nicht mitnehmen, weil das für euch einfach langweilig ist. Alle Teilen sind so zu erzählen. Ja. Gut, wir haben uns gefunden. Wir müssen mal gewinnen, wenn wir es aufgeerfüllt haben. Dropshot Stadion ist ein Stadion, wo du Skill brauchst, weil die Toren nicht direkt am Ende sind. Du musst halt hier Skill beweisen, in dem Dropshot Stadion. Vielen Dank für eine schöne Arena. Gucken wir mal, wie es läuft. Oh, das sieht nicht gut aus. Ne. Der ist nicht vorm Tor. Nein! Jawoll! Das hat er gut gemacht von ihm Das hat er gut gemacht von ihm Das muss man ihm nicht lassen Das hat er gut gemacht von ihm Aber echt, das muss man ihm nicht lassen Das hat er echt gut gemacht Alter So nicht, ja? Nicht mit Papaschlumpf Nicht mit Papaschlumpf Mein Abgang Ja Wird nichts nützen, Junge Das war ich dumm Da war ich meine Spiele dran mit seinem Saugnapf Da habe ich ins eigene Ausgeschossen Aber nicht schlimm Oh, der kommt gut Nein Mein Eintor wird ja reichen Hey, ein bisschen früher gebraucht Lieber Gegenspieler, ja? Jawohl Oh, ich muss ja noch Booster hingeben Tor ist Tor Scheiß drauf Tor ist Tor Wir müssen auch 5 Tore machen Aber Momentan ist das nicht möglich Ich werde irgendjemanden wieder 5 Tore hinkriegen Das wird irgendjemanden wieder der Fall sein Ich muss sagen, wenn ein Weltkampf letztendlich sein Muss ein Weltkampf letztendlich sein Wir können ja mal Wir können ja mal Ne Ein Dropschutzspiel machen Heute nächsten Part Machen wir ein Dropschutzspiel Ja Eins machen wir Nächsten Part machen wir ein Dropschutzspiel Einfach mal, um es gesehen zu haben Aber Einfach mal Einfach so Weil ich es kann Einfach mal so Weil ich es kann Ja, hau mich noch Genau, du Idiot Wir dürfen keinem Gegenteuer mit Kasschen Ja, der ist gut Oh, schade Das wäre schön gewesen Ähm, nein Ich glaube, ich habe ihn gerettet, oder? Nein 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 Scheiße, Mann Das ist nicht gut Das ist nicht gut Ach, Mann Ich möchte, ich möchte in die Verlängelung gehen Nein, ist er noch nicht So weit ist es ja noch nicht Nee Ich möchte nicht Bitte nicht Ich möchte nicht Verlieren jetzt noch Alter, was mache ich denn? Nein, nein, nein Ach, nein Das sind die letzten Scheiße, Mann Ja, was stehen denn die? Weil der hat mich nicht mehr Der hat mich nicht mehr Ja Das haben wir verloren, Leute Das ist verloren Scheiße, Mann Das hat so gut angefangen Ja, und noch Schade, Schokolade Mann Schade Ich habe ein Tor gemacht Ich habe ein Tor gemacht Hauptmenü So, ich gucke jetzt mal kurz was Ich gehe jetzt mal in die Extra-Playlist Einmal gucken Das mal weg Jetzt gucke ich hier mal Einmal gucken Wie viele hier online sind Auch noch 8000 Wo sitzen die denn alle? Hier sind die alle? Die sind alle wie hier Zwanglos 1020 Ist alle Mal kompetiv Hoogt Dann Pläsen 22.000 Die hoogt alle hier Die haben alle 3 gegen 3 5000 5000 Leute, wir suchen jetzt Top-Show-Drumble Aber mal auf rein Sehen Sie dann im Match Also nicht vergessen Musst du das Video mal kommentieren Teile mich Abonnieren Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020